Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und ich bin froh, dass ihr Teil von deiner grundsätzlichen Reise zu sein. Wir haben nicht nur 1.000 Leute hier in dieser Runde, sondern auch alle, die uns auf den Live-Stream zu befreien. Also Hallo zu all of you! Da müssen wir zum Ende kommen, aber ich sehe, es sind auf jeden Fall einige Denkanstöße gegeben worden und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Step-Conference mit Ray Darham, der eigentlich der Founder und CEO dieser Konferenz ist. Also hoffentlich kann er uns etwas mehr darüber erzählen. Von Sean Connery kommen wir jetzt zum nächsten Herren, der ebenfalls insgesamt siebenmal seinen Wodka-Martini geschüttelt, nicht gerührt bestellen durfte. Ideal für time-consuming, small runs, special equipment and product elements that can be customized. Hallo ihr Lieben, ich bin Jennifer Sarah Boone und diese Woche haben wir in den Showbiz News folgendes für euch. So, this guy says, success is about knowledge and not money. And I also believe that you are success, I am success and anyone is success. We are still here at the Sneak Peek for the Mother of Nation Festival and I am here with Ahmed Ben Sheber and he is the CEO of Aquafun which is going to be launched during the Festival. And of course, everyone here in the room and everyone in the live stream give yourselves a huge round of applause. You were amazing! You were amazing! Thank you! 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 Thank you!